Emil Wilhelm Frommel war ein deutscher evangelischer Theologe und Volksschriftsteller, Dichter, Hofprediger, Militäroberpfarrer und Erzieher der kaiserlichen Prinzen in Plön, Leben. Emil Wilhelm Frommel, ältester Sohn des Malers Karl Ludwig Frommel und der Pfarrerstochter Jean-Henriette Gems, studierte in Halle, Erlangen und Heidelberg Theologie. Im Jahr 1848 nahm er als Burschenschafter an den revolutionären Unruhen teil, distanzierte sich aber später davon. In den Jahren 1850 bis 1852 bekleidete er das Amt des Vickers in Altlusheim bei Heidelberg. Nach einer fast einjährigen Wanderung durch Italien mit seinem Bruder Max erhielt er bis November 1854 das Pfarramt in Altlusheim. Danach wurde er zum Hof und Stadt wie K. in Karlsruhe berufen und 1861 zum Stadtpfarrer. 1864 wurde er Pfarrer in Barmen an der alten Kirche Wupperveld. Hier gründete Frommel 1866 einen der ersten gemischten Kirchenchöre im deutschsprachigen Raum, die spätere Wuppervelder Kantorei. Im Jahr 1869 wurde Frommel als Pfarrer an die Garnisonkirche nach Berlin berufen. Am deutsch-französischen Krieg 1871 nahm er als Feldprediger unter General August von Werder teil. Er war über sechs Monate in Straßburg-Felddivisionspfarrer und kehrte am 16. Juni 1871 nach Berlin zurück. 1872 wurde er in Berlin zum Hofprediger und Militärroberpfarrer des Kaiserlichen Gardechor ernannt wurde. Allein 14 Mal begleitete er Kaiser Wilhelm I. zum Kuraufenthalt in Bad Gastein. Ein halbes Jahr nach seinem 25-jährigen Amtsjubiläum an der Garnisonkirche zu Berlin musste er sich einer schweren Operation unterziehen. Davon stark geschwächt bat er um seine Entlassung und ging zur Genesung nach Plön. Nach zwei weiteren Operationen in Plön verstarb er und wurde in Berlin auf dem alten Garnisonfriedhof bestattet. Außer zahlreichen Predigten und dem Beitrag zur Kirchengeschichte Badens aus dem Leben des Dr. A. Hennhöfer sowie der Schrift von der Kunst im täglichen Leben hat er eine Reihe von Volksschriften veröffentlicht, die ihn wegen ihrer Frömmigkeit, Sprache und ihres Humors bekannt machten. Emil Frommel gründete 1879 gemeinsam mit Rudolf Kögel und Wilhelm Bauer das Jahrbuch Neue Christoteper. Zwischen 1929 und 1973 trug eine kurze Straße hinter der Garnisonkirche in Berlin seinen Namen. Am ehemaligen Pfarrhaus der Garnisonkirche in der heutigen Anna-Luisa-K-Straße 9 in Berlin-Mitte befindet sich eine Gedenktafel für Emil. Frommel Familie Frommel heiratete am 25. August 1853 in Karlsruhe Amalie Bär, die Tochter des Ministerialrates der Evangelischen Kirchensektion in Karlsruhe. Karl Bär das Paar hatte einen Sohn und zwei Töchter. Sein Schwiegersohn Johannes Kessler war Hofprediger und Prinzenerzieher an der Garnisonkirche in Potsdam. Bevor er 1908 an die Lukaskirche in Dresden wechselte, Emil Frommel war Bruder des Theologen Max Frommel und Enkel des Predigers Christian Karl Gemps. Der Theologe Otto Frommel, Vater des Schriftstellers Wolfgang Frommel und des Komponisten Gerhard Frommel, war ein entfernter Verwandter. Werke Autor Erzählungen für das Volk 8 BD CHN Berlin 1873-83 Erzählungen Gesamtausgabe Stuttgart 1877-78 Allerlei Sang und Klang Erzählungen und Skizzen Wie Gant und Grieben Berlin 1883 Aus goldenen Jugendtagen Erzählungen von Emil Frommel HSG V Dr. Otto H. Frommel Ensslin und M. Leiblins Verlagsbuchhandlung Reutlingen 1934 Herausgebertätigkeit in drei Stufen Auch eine Sammlung Gedichte Druck und Verlag der Bedeckasche Buchu Kunsthandlung Elberfeld 1880 Neue Christoterpe Ein Jahrbuch Begründet von Rudolf Kögel Emil Frommel U. Wilhelm Bauer Gedenktag 9. November im evangelischen Namenkalender Ja, 2. 5. 5. 6. 7. Vielen Dank.